Ich halte meinen da raus. Soliman Ayeti für Hasnacht, Kevin Gomer, Freistehung. Da haben wir hier runter. Darf gar nicht sein, oder? Ja, mal kurz. Hier runter. Da runter. Die Runde. Die Runde hätten wir nach dem Lager. Die Runde hätten wir. Die Runde hätten wir. Die Partei. Allein in Wollmache. Die ersten zwei Runde knapp. Und dann ist er aber. Warte mal! Warte mal! Kommst du raus, Kärin! Kommst! Raus! 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 Wir kommen schon ab, weil der nächste ist aber abgekommen, da kommen die hier hin. Pauli, du weißt einfach weiter, also da ist auch okay. Vielen Dank.